ein bisschen Spaß! Das habe ich wiederum, hat Kalkofe irgendwo mal wieder erwähnt. Keine Ahnung, ihr seht schon, ich habe viel Wissen aus in welchen Filmen. Und es geht hier auch schon los und was muss ich sehen? Sonic hat da andere Schuhe an. Jammeh! Und wir haben Tails auf die Matte gelegt. Übrigens haben unsere Spielcharaktere auch immer die entsprechenden Outfits. Hier jetzt diese ja, wie nennt man das? Bamkarate. Die Trobe. Diesen Wandel eben, wo der Gürtel dran ist. Raums! So. Hier zählt nicht K.O. Ich glaube, bei Karate ist es, wenn man den ja, wenn man den Gegenspieler oder Kampfpartner, keine Ahnung, entweder aus dem aus der aus der Markierung, aus dem Bereich rausschleudert oder irgendwie zu Boden, aber das ging ja schnell. Auf Platz 1. Jawohl! Daumen nach oben. Und wir haben Handschuhe an. Hat man bei Karate auch Handschuhe an? Das sind Boxhandschuhe. Ich dachte, da hat man gar keine Boxhandschuhe. Oder es ist eine bestimmte eine bestimmte Art von echtemigen Karate überhaupt nicht aus. Keine Ahnung. Ich habe so ein Buch, das heißt, die Kunst des Kampfes, da sind diese ganzen asiatischen Kampfsportarten drin erklärt. Also Karate, Judo, aber auch Ninja und ja, Sumoru. Nein, nicht Sumoru, sondern Samurai. Und das ist schon interessant. Jetzt werde ich da mal nachgucken und reingucken, was da für Regeln im Sinn. Und apropos Olympische Spiele, also der Traum, die Olympischen Spiele, beziehungsweise zumindest die Eröffnungsfeier in Paris mir anzugucken, ist wohl, also vor Ort anzugucken, ist wohl gescheitert. Es sind keine Karten mehr übrig. Nur Karten noch im Kombi mit Hotel und so weiter für ja, schlappe 9500 Euro pro Person. und das überschreitet ein wenig mein Budget. Aber vielleicht ist es möglich, irgendwelche anderen Sportarten zu besichtigen oder die Schlussfeier, da habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt. Muss ich mal gucken. Aber 9500 Euro, das ist natürlich definitiv zu viel. So, das ist schon die zweite oder sogar die dritte Runde. Und jawohl, Sonic legt Tails auf die Matte. Das gefällt mir und dieses Video ist auch natürlich den Tails Fans gewidmet. Grüße gehen raus an die Tails Fans. Und die dürfen natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Für Sonic oder für Tails. Ja, schön die Verbeugung zum Schluss. Sonic hatte 17 und Tails drei Angriffe. Und ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Karate und wir sehen hier auch, dass Luigi mitspielt. Übrigens sind wir bei Luigi den Teil von den Füßen irgendwie raus gucken. Stimmt, es ist eigentlich eine Sportart, wo man barfuß macht. Warum sieht man Tails und Sonic dann mit diesen Schuhen wieder auch noch mit Socken? Naja, egal. Es muss eben cool aussehen. So, und es geht weiter. Diese Sache, wie die großen Fragen, die die Menschheit bewegen. Wie sehen Sonics Füße aus? Wer auch so ein Thema für Keeps Laboratory, Animationsfilm und Videogame? Wobei es ist ja nicht Animation, es ist ja auch Videogame. Jammeh, jawoll, Tails rausgeschleudert, ähm, ist ja ein Thema für Keeps Laboratory. Das sind Fragen, die uns nachts nicht schlafen lassen und die die Menschheit bewegt. Ähm, wie sehen Sonics Füße aus? Was für ein Quatsch. So, ähm, wir sind immer noch beim Sport und Sonic hat hier schon die dritte oder das ist schon die vierte Goldmodelle. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, weil das Spiel ist natürlich schon gespielt und, ähm, ich moderiere hier nur oder ich kommentiere hier nur. So, das war Karate mit Sonic & Tails. Wir sehen uns bald wieder. Keep Supernova over and out.